hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von hion mittlerweile folge nummer fünf und an uns läuft eine grau mähnen wache vorbei so universe wir haben hier täglich und wirklich aufgaben die für 14 quests aus wir haben doch bestimmt im moment das war so nicht geplant das war so jetzt nicht geplant nehmen wir den direkt mal was haben wir denn aktuell für aufgaben wo war das noch ques hat eine neue lektion erhalten kampagne so findet die dritte oder transport oder transport damit können wir was anfangen das war doch hier irgendwo wir mussten hier weiter nehmen wir einfach das hier wird verwendet der dun dun farmer das ist ein gültiges ziel natürlich ist das ein gültiges ziel also ich muss mich in dieses spiel mal wieder erstmal rein fuchsen das hat gerade wieder ewigkeiten gedauert bis das geladen hat das ist tatsächlich so ein bisschen uncool wenn ich ehrlich bin so wo sind wir an der plantage da müssen wir hin gut wenn wir da oben lang kommen also ein bisschen so aus ansonsten haben wir das hier oben auch mal erkundet oder er ist aber nicht stark als kämpfer als der war schwach das tut mir aber leid für den was ist das was auch immer das ist es sieht stark aus es sieht wesentlich stärker aus als ich das ist nicht gut es ist auf jeden fall doch wesentlich stärker als ich dachte ok 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 kommt 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 komm erkunden Komm, 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 komm. Oh nein. Ah, schade, 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 schade. Da hat es mich doch dahingerafft. Ach, ärgerlich. Äh. Ich habe ja noch nie verstanden, wo ich da immer wieder... Ach, das war der... Oh, da muss ich diesen ganzen Weg jetzt... Nein. Really? Really? Heile ich mich erst mal. So, ich muss aber vielleicht mal gucken, was ich so... Ach so. Nahrung. Ach, witzig. Ich sollte vielleicht auch mal sowas wie mein Inventar und so durchwuchen. Äh, Kriegerausbilder, Priser, Magierausbilder. Gucken wir mal, ob ich mal hier mal... Guten Tag. Wer nicht lesen kann, ist doch nicht in der Lage, die Taube erzeugt. Also, äh... Warum hat der Pistolen? Ist ja cool. Aber ich... So, ich werde jetzt hier auf jeden Fall mal... Wo kann ich denn hier mal... Also, in der Schnellreise hin machen. Da. Geld dafür habe ich genug. Ähm. Ah, jetzt muss ich da wieder durch. So. Wie komme ich denn hier auf? Nee. Fähigkeiten. So, Aktiv. Flammenpfeil. Das ist zum Beispiel aktiv. Schutzschild-Effekt. Gefrier-Schock. Wirft das Ziel zurück. Brand. Für so magischen Feuerschein. Guck mal, wenn ich das hier... Das habe ich auch schon aktiviert. Erosion. Das habe ich noch nicht. Eiskette. Rückkehr. Rückkehr zum Landeplatz. Seit der Verbandteilung. Das habe ich aktiviert. So, das ist drauf. Zügelung ist... Da ist Eiskette drauf. Aktiv. Passiv. Ketten. Ach, guck mal. Angepasste Kettenfertigkeiten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. So, aktiv. Das ist alle aktiv. Aber wo habe ich denn hier... Sowas wie Zügelung? Doch da. Bewegungsunfähig. Gefrier-Schock. Gefrier-Schock. Guck mal, Gefrier-Schock habe ich. Steinhaut. Kann ich den? Ist... Den kann ich aber auch nicht auf die Leiste setzen. Warum das denn nicht? Blocketten. Flammenpfeil. Brand habe ich aber... Ne, Brand habe ich noch nicht. Aber guck mal, Brand ist... Jetzt drauf. Da war doch aber vorhin was anderes, oder? Boah, ich verstehe das nicht. Also ich... Warte mal, da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Also wirklich, das ist irgendwie... Ich ziehe die Ketten fertig. Fertigkeit mit den gleichen Nutzungsbedingungen als Standard-Ketten-Fertigkeiten in die erste Reihe. Ihr könnt aber... Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Steinhaut... Tja, ich bin ein bisschen überfragt, tatsächlich. Tja, ich bin ein bisschen überfragt, tatsächlich. Egal, ich muss jetzt erstmal wieder zurück zu dieser... dieser komischen Öle. Blunderwürfel. Ah, nicht geblinkt. Komm. Das ist das falsche Ziel. Ah, so das ist schon... Aber es hat irgendwie funktioniert. Also irgendwie hat das mit dem... Mit dem... Brand hier funktioniert. Also irgendwas hat auf jeden Fall funktioniert. Ich weiß nicht was, aber irgendwas... Irgendwas war da, was funktioniert hat. Oh, ja, guten Tag. Ebenfalls schön, dass sie auch vorbeigekommen sind. Ähm... Ich hab tatsächlich noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Also ich weiß, dass ich auch irgendwie Getränke hab hier. Kann ich die auch irgendwie da reinpacken? Das wäre cool, wenn ich dann so einen... So einen Trank nehmen könnte zwischendurch. Nein. Ich dachte, er würde mich nicht sehen. Das wäre natürlich... So, die Transportspuren, den hab ich... Hab ich hier gefunden. Nein. Äh... Aber ich hab irgendeinen Angriff mit einem Schutzschild aufgewehrt. Äh, sehr interessant. Nein. Ey, wie gesagt, ich versteh dieses Spiel immer noch nicht. Also... Es gibt... Hoppala. Äh, sowas von Star Wars. Äh, Star Wars. The Old Republic. Knights of the Old Republic 2. Das konnte ich. Das konnte ich gut. Äh, war eine Rochalla. Ähm. War eine Rochalla. Aber das hier ist tatsächlich irgendwie... Das ist kein gültiges Ziel. Jetzt hab ich... Auf jeden Fall... Hab ich ein neues Level? Ne. Ich muss auf jeden Fall da oben hoch. So. So, wenn ich jetzt an diesem komischen Typen da vorbeikomme... Dann komm ich jetzt hier... ...rein. Geheime Mauhöhle. Allein. Ich hab ja keine Kameraden. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Äh, blu... Anführungs-Buffs kaufen. Ne, kann ich ja. Ich hab ja nichts dafür. Der stört die... Also sprecht mit Cheska? Ich muss mit Cheska sprechen. Welch ein Glück. Es ist noch nicht zu spät. Wie geht es hier bloß... Was geht hier bloß vor? Ein Glück, dass ihr unversehrt seid. Wer hätte gedacht, dass in dieser Höhle so ein Ort existiert? Wenn wir diesen Ort untersuchen, werden wir herausfinden, was sie mit dem Hotel davor haben. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, stimmt. Gut. Erledigt Sklaventreiberin Kakiti, die die Odium-Raffinerie betreibt und zerstört die Odium-Lore. Das ist wahrscheinlich... Äh... Ach, krass. Äh... Oh. Ein Film. Und auf Odella-Pflanzenschule verarbeiten Susuham und seine Männer von Skow gesammeltes Odella-Yang. Mhm. Verarbeitetes Odium und Odella wird im Haramelturm in Kisten verpackt und mit Flaschenzug abtransportiert. Nur gestern Merk weiß als einziger wohin. Yang-Yang. Hä? Was ist das? Yang-Yang. Bruder Mufri-Nerk. Er weiß, wo gestern Merk ist. Was ist das, bitte? Windet gestern Merk, wenn Deva Haramels dunklen Vorhang öffnen will. Yang-Yang-Yang. Das ist witzig. Ja, ihr Lieben. Schön, dass ihr in dieser Folge dabei gewesen seid. Ähm. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, trotz meiner Unfähigkeit hier, dann würde ich euch bitten, lasst doch einfach ein Like da und abonniert unseren Kanal. Das könnt ihr hier oben rechts im Video machen. Wenn ihr ein weiteres Video von unserem Kanal sehen wollt, dann drückt auf den Button unten rechts. Vielen Dank, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao, ciao.